Willkommen an der Theke des Tele-Stammtisches und wir sind schon in Arga-Festival-Laune. Wir, das ist einmal natürlich der Videotheker, also ich, ich stelle mich immer zuerst vor. Und ich habe eine waschechte Null bei mir, ich habe nämlich den Zero bei mir. Hi Zero. Hallöchen. Ist das, ist eine Vorstellung wie aus dem Buch, glaube ich, oder? Ich sag's dir, ja, fühle mich auch gerade wieder richtig runtergemacht vielleicht, aber ey, ist halt so, mit dem Namen muss man damit leben, ne? Das ist erstens das und zweitens ist das beim Tele-Stammtisch eine knallharte Hierarchie. Du bist quasi noch dem Status Praktikant, wo ist mein Kaffee? Wo ist der Kaffee? Dieses Glas darf heute nicht leer werden, Zero. Ganz kurz, übrigens heißt es aber auch Zero, nicht Zero, aber ist egal. Ja, ich weiß. Ich kann nicht so gut Englisch, ich komme aus dem Norden, weißt du? Wir nehmen euch heute ein bisschen mit aufs Fantasy-Filmfest, wir haben ja schon gesagt, wir sind jetzt heute im Festival und zwar nicht auf dem Hurricane, sondern wir gehen heute mit euch ein bisschen aufs Fantasy-Filmfest und wir sind heute aber die Gommis. Wir haben nämlich beide jeweils fünf Filme mitgebracht, über die wir uns freuen, die wir vielleicht schon gesehen haben und dabei sind natürlich einerseits der Eröffnung so ein Abschlussfilm und ansonsten haben wir so ein paar kleine Perlen hoffentlich für euch rausgesucht. Wir machen das Ganze immer so ein bisschen im Ping-Pong-Spiel, das heißt der Zero wird so ein paar Dinge vorstellen, ich werde ein paar Dinge vorstellen und dann werden wir noch erzählen, so warum uns der Film gerade anlacht und anspricht und ob wir den dann auf dem Festival uns auch hoffentlich reintütern können. Sven oder Zero, erstmal die erste Frage natürlich, bist du denn ein Festivalgänger, was Filme betrifft oder bist du eher so momentan wie ich jemand, der zwar sagt Fantasy-Filmfest ist ganz geil, aber so richtig regelmäßig drauf gehen kann ich halt doch nicht, weil es die Zeit nicht zulässt. Wie ist das bei dir? Eigentlich das mit der Zeit kommt schon gut hin, das ist meistens das größte Manko oder die Entfernung, das waren jetzt auch wieder in Regensburg, das Hardline, das ist einfach zu weit weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Entfernung ist die ausschackehrende Ding, aber ansonsten schon, also ich glaube seit letztem Jahr habe ich ein bisschen aufgeholt, vorher vielleicht einmal im Jahr, aber da jetzt schon seitdem vier Stück mitgenommen, das macht halt immer Spaß, auch wenn man ein paar Filme gesehen hat, aber die Stimmung ist halt immer ganz gut, so unter Gleichgesinnt sind halt viele Gorehounds auch immer am Start, das ist immer schön. Ja und du bist ja jemand, du guckst ja ungefähr zwei Filme am Tag, sagst du so, also wenn du es einrichten kannst, dann ist es ein guter Tag gewesen bei dir, das ist natürlich etwas, da kommt dir das Festival wahrscheinlich dann sogar entgegen, oder? Das auf jeden Fall, da gibt es dann auch mal fünf bis sechs Filme, jetzt wird es gerade ein bisschen weniger, aber doch zwei Filme versuche ich immer noch anzustreben, zumindest im Schnitt in der Woche, das ist noch machbar. Sehr cool, ich bin wie bei Konzerten der Nicht-Festivalgänger, nicht, dass ich jetzt das ganze Wochenende da verbringen darf, da fehlt uns beiden wahrscheinlich die Zeit, sondern ich suche mir die Perlen und die Gourmetstücke raus und dann gehe ich tatsächlich auch gerne, das wissen die geneigten HörerInnen des Tele-Stammtests, dann gehe ich natürlich gern so früh wie möglich rein und dann ist auf dem Festival, das wisst ihr natürlich, wenn ihr regelmäßige GängerInnen des Festivals seid, da gibt es natürlich so ein paar Sachen, die sieht man vielleicht sogar nur da. Ich erinnere mich beispielsweise an Limbo, glaube ich, vor anderthalb oder zwei Jahren, den wir dann erst ganz spät über Cape Light hier als Mediabook ins Heimkino bekommen haben, aber den konnte man tatsächlich erst sehr frühzeitig auf dem Fantasy-Filmfest sehen. Das ganze Fantasy-Filmfest läuft ja wie immer in den bekannten Städten ab, die brauche ich jetzt nicht alle aufzählen und startet jetzt am kommenden Wochenende, wir nehmen ja am Donnerstag, dem 17. April, nee, ist der 18. April, Entschuldigung, wir nehmen am Donnerstag, dem 18. April auf. Das heißt, heute Abend starten schon die ersten Filme und das Festival eröffnet mit dem Film Love Lies Bleeding, eine A24-Produktion, die jetzt auf der Berlinale schon Ende Februar oder Ende Januar, ich weiß gar nicht, wann die Berlinale genau war dieses Jahr, da lief tatsächlich schon dieser Film, der mit ein bisschen Vorschusslohbeeren auch bedacht wurde. Ich kann mich erinnern, dass die gute Lieder und Paul den in ihrem Berlinale-Special bei uns auch thematisiert haben und den angerissen haben und der Film selber kommt ja bei uns in Deutschland, wenn ich es richtig recherchiert habe, erst so Mitte, Ende Juli ins Kino, das heißt, die Festivalgänger hier haben ja auf jeden Fall eine Perle, die jetzt schon im Festivalprogramm dabei ist. Das ganze Jahr von der St. Maud-Regisseurin Rose Glass, dann soll das so eine Art Romantik-Thriller sein. Die Frage an dich, Sero, hast du in die Trailer reingeschaut oder bist du noch völlig unbeleckt? Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, aber nicht zu viel. Ja, ich habe reingeschaut und den hatte ich relativ früh gesehen, ich glaube so kurz nach der Berlinale kam ja schon der erste Trailer schon richtig raus und da habe ich den schon auf meine Watchdesk gesetzt, weil, ja, sah gut aus, ne? Muskelbefuckte Frau, ein bisschen Gewalt, ich war gekauft. Da reicht eine Menge, da reicht keine Menge, da braucht man nicht viel, das ist gut. Ja, ich bin so ein bisschen in die Bahn geraten, weil ich das Gefühl hatte, dass wir vor kurzem erst einen Film hatten, nämlich den Film von Ethan Coen, Drive-Away Dolls, das Ganze mit einer queeren Thematik und ich hatte das Gefühl, und das war glaube ich auch Lida, die es im Podcast zur Berlinale sagte, dass das, also Love, Life, Bleeding jetzt der Film sei, der tatsächlich auch von Beteiligten, die queer sind, gemacht wurde und das Ganze ein bisschen authentischer darstellt. Ja, worum soll es da gehen? Es soll um die Bodybuilderin Jackie gehen, die von einem großen Triumph bei einem Bodybuilding-Wettbewerb in Las Vegas träumt und ja, natürlich ist das Leben vom Training bestimmt und dann kommt es dann irgendwann zu einem Moment, wo sich so eine Spirale der Gewalt in Gang setzt. Ich rechne also fest damit, dass das jetzt kein großes Storytelling sein wird, sondern dass der Film wahrscheinlich sehr atmosphärisch ist, mit der einen oder anderen Gewaltspitze daherkommt und ja, ich meine, Kristen Stewart ist zwar Twilight, aber ich glaube, ähnlich wie ihr Co-Partner Robert Pattinson ist sie ja mittlerweile dem Ganzen ein bisschen entwichen. Was meinst du? Äh, definitiv. Also, der letzten Film von ihr war ja Spencer, zumindest den ich gesehen habe. Hab ich auch gesehen, genau. Sie kann auf jeden Fall deutlich besser schauspielen als bei Twilight und darum, also den Roof hat sie nicht mehr ankleben und Pattinson macht ja auch eine gute Nummer, gerade in Batman zeigt ja ein paar andere Seiten. Also, die machen schon ihr Ding. Ich bin da auch guter Dinge. Ich mag sowieso immer gerne, ich glaube, Ed Harris spielt einen der Bösewichte, wenn nicht den Bösewicht und ich mag Ed Harris immer sehr gerne sehen. Das heißt, Love Lies Bleeding. Da werdet ihr in der einen oder anderen Stadt vielleicht noch Glück haben, wenn ihr eine Karte ergattert. Ich weiß, in Hamburg ist der Eröffnungsfilm bereits ausverkauft. Wenn ihr ein Einzelticket habt, da seid ihr also leider nicht am Start. Aber wenn ihr natürlich einen Festivalpass habt, dann könnt ihr den euch reintüten. Dann, ähm, hatte ich ja schon gesagt, machen wir es ein ganzes bisschen Pingpong-artig. Das heißt, Zero wird jetzt seinen nächsten Film vorstellen. Da geht es um einen vierten Teil mittlerweile einer Kampfsport, äh, ich sag mal so modernen koreanischen Bud Spencer-Reihe, nämlich den vierten Teil der Roundup-Reihe, der mit dem Untertitel Punishment daherkommt. Zero, wie kommt es, dass du auf diese Madoc-Song-Sachen stehst? Ist das für dich so der Ersatz für Bud Spencer oder ist das für dich was ganz anderes? Du hast es genau zusammengefasst. Was anderes hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Ist für mich so ein Bud Spencer-Ersatz. Und, ähm, ja, das erste Mal habe ich ihn, glaube ich, gesehen bei Train to Busan, müsste es sein. Mhm. Da fand ich schon die Charakter, die er gespielt hat und auch seine Masse, ne, ist ja halt eine Figur, die kann man nicht übersehen. Schon sehr interessant und, ja. Da gab es noch ein paar, ähm, Abwege ins MCU, da wollen wir nicht drüber reden, aber die ganze Roundup-Reihe habe ich jetzt alle Filme in mir reingeguckt und natürlich den vierten will ich jetzt auch sehen, weil ich habe den einmal sogar komplett auf Koreanisch geguckt, weil es den bei Prime nicht anders gab zu dem Zeitpunkt, komischerweise. Mhm. Und selbst da hat er richtig, es hat richtig Spaß trotzdem gemacht. Also, da braucht man nicht viele Worte und diesmal ist er ja dabei mit so einem Cyber-Investigation-Team, um irgendwen hochzunehmen, der früher Söldner war und auch Leiter jetzt von so einer Glücksspielorganisation. Das ist mir aber auch egal, ich hoffe nur, er schlägt sich wieder gut, es gibt ein paar auf die Mütze, es ist ein richtig schöner Hau-drauf-Action und den kann man sich immer geben und gerade, ich glaube, es ist zu später Stunde, das müsste der zweite Film des Festivals auch sein, ist das richtig schön angenehm, nichts Anstrengendes, einfach, einfach schön entspannen, bisschen lächeln, Spaß haben, Bier trinken. Ja, und ich rechne auch damit, dass der so vom Schedule her, von Love, Last, Beginning durchaus profitieren wird, weil da natürlich die Gewalt wahrscheinlich schon ein bisschen ernster ist, wahrscheinlich ein bisschen grimmiger und auch wenn die Roundup-Reihe ja auch keine Gefangene macht, ist es halt doch ein kleines bisschen Augenzwinkern, sehr, würde ich zumindest sagen. Ich selber hab ja auch den guten bei Eternals gesehen, da wollen wir aber den Mantel des Schweigens, wie du zu Recht gesagt hast, glaube ich, wollen wir lieber drüberlegen und ich hab auch Bock, hat ja schon fast Tradition, der letzte Roundup-Film lief ja auch bei unseren Fantasy-Filmfest, bei uns zum ersten Mal. Ja, gibt ein schönes Mediabook im Handel, könnt ihr auch von Cape Light doch käuflich erwerben. Ja, und das ist halt, finde ich auch so, es klingt für mich interessant, weil natürlich, sag ich mal so, dieser Marcel Do, der ist natürlich als Cop irgendwie so ein ganz altruistischer, alles noch per Hand regeln, wenig auch mit Feuerwaffen, dass er darauf zurückgreifen will und muss. Und dann natürlich ihn in irgendwie so eine Cyber-Unit zu packen, könnte auf jeden Fall auch für den einen oder anderen humorigen Moment abseits der großen Keiler reinsorgen. Deswegen, ich hab auf jeden Fall Bock, mal gucken, ob wir das noch einrichten können, dass wir den uns auf die Playlist, beziehungsweise auf die Watchlist fürs Festival legen. Welchen Film ich mir auf jeden Fall auf die Watchlist gelegt habe, ist Copweb. Das ist, muss man dazu sagen, nicht der Film, der jetzt am, ich glaube Anfang Mai in Deutschland, Knock, Knock, Knock heißt der bei uns, der ins Kino kommen wird von den Produzenten von S und Barbarian, sondern das ist das, der neue Film vom Regisseur von I Saw The Devil. Und kurz angerissen, ich erzähle einmal, warum der Film mich tatsächlich durch seine Beschreibung und dann auch durch den Trailer, den ich gesehen habe, schon mal neugierig gemacht habe. Es soll nämlich um einen Regisseur geben, der ein relativ radikales Finale für seinen Film drehen will. Das Problem ist, er hat eigentlich so ein bisschen alles fertig und es ist quasi, er leidet unter Morbus Zack Snyder. Er darf nämlich nicht nachdrehen und versammelt dennoch die Schauspieler irgendwie um seinen, um sich herum und möchte dieses, ja für ihn quasi Meisterwerb mit dem Namen Copweb, möchte er jetzt quasi, ja, so sehr fertig, so fertigstellen und seine Vision so umsetzen, wie das Ganze sein soll. Und ich habe so ein bisschen One-Cut-of-the-Dead-Vibes, deswegen habe ich echt Bock auf den Regisseur. Ich meine, Kim Ji-ho Won, das ist wie gesagt der Regisseur von I Saw The Devil und dann ist von Parasite natürlich Song Kang-Ho dabei, den kennt man ja auch, glaube ich, aus diesem Emergency Declaration. Ich glaube, der kann halt was werden. Das klingt für mich so eher nach so einer Farbe im Festival, die wir sonst nicht so häufig mehr haben, nämlich so eine Art grotesk mit so vielleicht der einen oder anderen skurrilen Szene, aber jetzt nicht nach dem üblichen Horror-Gewalt-Spitzen-Festival. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine Überraschung werden könnte, nicht nur aufgrund seiner Machart, sondern auch aufgrund des Humors. Hattest du von Copweb vorher schon was gehört oder jetzt nur im Zuge des Festivals? Ich hatte den Anfang des Jahres beim Raussuchen, welche Filme ich dieses Jahr interessant finde, hatte ich den auch schon gesehen. Da war für mich aber eher so beim ersten Gucken, dass das so eine Workplace-Comedy in die Richtung geht, aber jetzt nach dem Trailer, da ist schon ein bisschen mehr auch drin. Also bin da auch sehr gespannt, kann das aber auch nicht ganz greifen, was der Film einen dann halt bietet. Auf jeden Fall sieht der sehr verrückt, also crazy halt aus, zumindest im Trailer. Und dadurch halt auch sehr interessant. Gerade aus dem asiatischen Raum kommen ja immer ganz gute Dinger. Und lass uns mal überraschen. Ich lass mich auf jeden Fall gerne überraschen und ich hab richtig Bock auf den. Und das könnte so ein Verdächtiger sein, dass der echt erst spät bei uns in Deutschland mal regulär erscheint. Deswegen, wenn ihr den auf dem Festival euch snacken könnt, dann macht das auf jeden Fall an der Stelle. Apropos snacken. Wir haben tatsächlich schon zu Hause gesnackt, wir hatten nämlich einen Screener vorab, haben wir den Film The Invisible Fight uns angucken können. Spielt im 70er Jahren an der russisch oder damals noch ODSSR China-Grenze, fängt der Film an und thematisiert Raphael, der hat einen großen Traum. Der möchte nämlich, ja, der ist eigentlich Wachmann und droht so ein bisschen an dieser Grenze zu versauen, aber eigentlich will er Kung-Fu-Mönch werden. Gleichzeitig ist er ein Black-Metal-Fan und hört eigentlich den ganzen Tag Black Sabbath. Und ja, also wer jetzt noch nicht gesoldet ist, der Film ist aus Estland. Das ist sozusagen eine Martial-Arts-Komödie mit Musik-Einsprengselungen aus Estland. Und ist natürlich ganz klar inspiriert von diesen Shaw-Brüdern und von der, das ist eine große Verneigung. Gleichzeitig wirkt es manchmal so ein bisschen wie Mountie Python. Natürlich trifft es nicht ganz den Humor, finde ich, des Ganzen. Das ist also, also Anarcho war in den 60er, 70er Jahren besser möglich als heute. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, also ich würde es mal so zusammenfassen. Was ich gesehen habe von The Invisible Fight, wenn du mit Black Sabbath nix anfangen kannst und auch mit Martial-Arts-Filmen, dann mach da einen großen Bogen drumherum. Wenn du mit den beiden Sachen, oder wenn du darauf Bock hast, dann bist du, glaube ich, da an der richtigen Adresse. Also ich fing den Film an, ohne dass ich was wusste darüber, wie das manchmal so ist bei Festival-Filmen. Und ich dachte am Anfang, geil, also jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass irgendwie ein Black Sabbath-T-Shirt angezogen wird. Es war da nicht das T-Shirt, es war ein Poster, glaube ich, oder eine Platte, die im Bild ist. Und das ist wirklich, ich mochte das ja gerne. Also wer irgendwie Crouching Tiger, Hit and Dragon sehen mochte, wer was mit Martial-Arts anfangen kann, der sollte also The Invisible Fight auf jeden Fall sich geben. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein guter Opener an dem Tag ist, also wenn man so ein bisschen Bock hat, weil der ist ein ziemlich schneller Eisbrecher. Das ist auf jeden Fall mein Eindruck gewesen. Gebrochen wird wahrscheinlich auch vieles in einem Film, von dem ich vor einigen Wochen, glaube ich, wenn ich mich nicht erinnere, in einem Tease Me einen Trailer gesehen habe. Ich glaube, ich war sogar vor Ort gerade in dem Moment. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich war mit dem guten Thilo Gozojahn und Schröck, war ich nach der Aufzeichnung noch in einem Tease Me und da haben wir den Trailer gesehen zu Boy Kills World. Was kannst du uns zu Boy Kills World sagen? Ich weiß tatsächlich nur das, was ich aus dem Trailer gesehen habe und dass das ein deutscher Regisseur sein soll. Also Regisseur Moritz Mohr, da sind wir schon mal richtig. Ich habe den bei mir abgespeichert als abgefuckter Rache-Act, weil wir haben Bill Skarsgut, der spielt den namensgebenden Boy. Und der ist dann auf großer Rache-Tour, der ist, wenn ich jetzt richtig bin, der ist taubstumm und rächt dann halt den Mord an seiner Familie und muss anfangs aber noch, geht er in den Dschungel, wird von so einem mysteriösen Schamanen trainiert und dann geht es richtig zur Sache. Und der Trailer zeigt eigentlich nur ein bisschen, finde ich, Videospiel-esk sogar, wie es ordentlich aufs Fressbrett gibt und das war einfach, glaube ich, zwei Minuten 20 Dauergrinsen bei mir in dem Trailer. Und darauf freut mich auch richtig, den Film zu sehen, weil das ist halt alles, was man so auf einem Festival braucht. Man braucht ein bisschen lustige Sachen und dann auch ordentlich, dass es zur Sache geht. Und der Trailer zeigt ja eine Szene, wo einer einfach mal so ein, glaube ich, ein richtig schweres Ding einem auf den Kopf fallen lässt. Und so aller nach, ups, sorry, ich glaube, der wird richtig Spaß machen und auch die Crowd gut abholen. Ja, ich bin auch gespannt. Ich hatte bei der Sicht des Trailers so leichte Deadpool-Vibes. Und gleichzeitig war das in der Tease-Me-Folge so, dass wir entweder davor oder danach, ich glaube, davor lief der Trailer zum The Crow-Remake, was ja schon so ein bisschen kritisch in den sozialen Medien betrachtet wird, aufgrund des Aussehens von Bill Skarsgård. Und deswegen finde ich es ganz spannend, dass ich in einer Sendung quasi beide Trailer hintereinander sah und ich auch so vom Plot her so gewisse Ähnlichkeiten zumindest meine ausgemacht zu haben. Aber ich glaube, dass Boy Kills World deutlich drüber geht, also was so die Ironisierung der Gewalt angeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Crowd-Pleaser wird auf dem Festival. Ich lese im Programm jetzt sowas von Wilder Action-Orgie, die Besetzung selber überrascht mich, wie gut die ist, weil mir der Moritz Mohr, ich weiß zwar, dass der diesen Viva Berlin gemacht hat, aber ansonsten kenne ich nichts von dem. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch schwierig wird, da einen Verleih zu finden und dass der eventuell immer bei uns so irgendwie auf einem Streaming-Portal landet. Denn irgendwie glaube ich zumindest, dass ich, wenn ich das richtig recherchiert habe, der Film schon so eine ganze Weile fertig ist. Und irgendwie bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ob das Ganze funktionieren kann und bin da ein bisschen vorsichtig enthusiastisch. Aber ich meine, ich habe Farm Giansen lange nicht mehr gesehen. Das ist ja diejenige, die nun in der ursprünglichen X-Men-Trilogie die Jean Grey spielt. Und dann ist Charles de Coppoli dabei, den habe ich zuletzt, den haben wir ja beide auch gesehen. Den habe ich sehr, sehr gerne gemocht in Monkey Man, weil er genau das macht, was Charles de Coppoli gut macht. Er overacted bis zum Es geht nicht mehr und ich hoffe, dass hier sowas ähnliches sein wird. Und was natürlich mich nochmal ein bisschen ins Boot holt, Sam Raimi ist Produzent des Ganzen. Jetzt hat mich nun sein letzter Film, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, nicht so ganz abgeholt, wie das so im furchtbaren Marketing-Schnack heißt. Aber Sam Raimi ist irgendwie immer noch eine Hausnummer, gerade so im Fantasy-Horror-Bereich. Deswegen, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Boykills World eine ganz gute Nummer fürs Festival wird. Dann haben wir schon mal den, ich finde, also für mich ist das einer der größeren Filme, deswegen haben wir den großen schon mal aus dem Ring gebracht. Machen wir mal weiter mit einem Film, den ich tatsächlich auf die Liste gesetzt habe. Gar nicht so sehr für mich, sondern weil ich glaube erahnen zu können, dass er fürs Festival selber so ein kleines bisschen das ist, was auch das Fan dieses Film fest ausmacht. Das ist nämlich der neue Film der Insight-Macher The Soul Eater. Das wirkte für mich im Trailer wie eine Mischung aus einem Cop-Krimi und einem übersinnlichen, also so ein bisschen das eigentlich, was wir letztes oder vorletztes Jahr von Scott Derrickson mit The Black Phone bekommen haben. Aber ich glaube, im Gegensatz zu Derrickson ist dem Film so ein bisschen mehr daran gelegen, nicht auf die Umstände einzugehen, was den Serienmode angeht, sondern ich glaube, da geht es schon eher ins übersinnliche Fantasy-mäßige. Und gleichzeitig gehe ich mal davon aus, das ist zumindest etwas, was mir der Trailer zumindest ansatzweise suggeriert, dass es da ordentlich zur Sache gehen wird. Also es geht ja um einen Doppelmord in einem kleinen Bergdorf, was die Hauptprotagonistin untersuchen soll. Und dann gibt es einen mysteriösen Menschen, der ist auf der Spur eines Entführers. Und irgendwie vermischen sich diese zwei Sachen, aber so nach und nach wird das Ganze so entblättert. Und ich glaube tatsächlich, das könnte so ein schöner, grimmiger Cop-Thriller mit einem sehr großen Horroranteil werden. Und bin deswegen, ja, schon ein bisschen gespannt drauf. Ich meine, die Franzosen stehen ja auch mittlerweile für eine, das ist mittlerweile schon eigentlich so ein paar Jahre, für so eine gesunde Härte. Und gleichzeitig können die im Vergleich zu uns Deutschen echt gut Genre, oder? Wie du schon sagst, Freude und Franzosen ist immer schon so ein Stempel drauf. Es wird auf jeden Fall hart. Also die loten da die Grenzen immer komplett neu aus manchmal. Und ja, vom Trailer her glaube ich das auch. Ich bin noch nicht ganz so sicher, ob da wirklich noch so eine Komponente mit reinkommt, was übernatürlich ist. Aber auf jeden Fall wird es hart. Also der Trailer sagt schon, Leute, geht nicht mit euren Kindern in den Film. Also hier geht es richtig ab. Ich glaube wirklich, der wird in Sachen Gewalt ordentlich zulegt. Dementsprechend könnt ihr euch auf die Liste setzen fürs Festival. Dürfte also was für euch sein, wenn ihr so ein bisschen auf blutige Serienkiller-Action steht. Dann haben wir etwas auf dem Zettel, was tatsächlich, wir sind schon wieder bei unserem großen deutschen Filmfestival, nämlich bei der Berlinale. Was ich mit Erschrecken festgestellt habe, dass der Film mir überhaupt nichts gesagt hat, bevor ich recherchiert habe. Das ist nämlich der Film The Empire. Ich bin so ein bisschen neugierig geworden durch das Bild im Programmheft und dachte, oh, das klingt irgendwie, sagst du, so eine Sci-Fi-Dystopie. Und dann habe ich den Text dazu gelesen und dachte, oh, da habe ich mich aber komplett geirrt. Aber das ist immerhin der Film, der auf der Berlinale den Hauptpreis gewonnen hat. Kannst du uns ein bisschen mehr zu The Empire sagen? The Empire. Erstmal, mein Ersteindruck war auch eher so Phänzersie. Da bin ich auch komplett getäuscht. Wir sind halt in Nordfrankreich, so einem relativ ruhigen Ort, im Fischerdorf. Und da wird halt ein Kind geboren, das ist relativ einzigartig ist. Und das, wie erklärt das, ohne was zu spoilern, das ist dann dafür da, es lohnet halt die Mächte zwischen guten und bösen aus, zwischen außerirdischen Mächten, um mal nicht zu viel da rein zu raten. Er sieht auch im Trailer sehr verrückt aus, sehr modern, würde ich sogar sagen, für Art so einen Film und hat trotzdem, meiner Meinung nach, statt Sci-Fi wirklich so Fantasy-Anleihen. Wenn man da so guckt, denkt man schon, das könnte jetzt auch ein König sein, wenn man auch nur reinschaut. Auf jeden Fall sehr interessantes Design, was sie da reinbringen. und auch ein Franzose, ne? Ja, das ist halt wirklich, also das wünschte man sich dem einen oder anderen Filmemacher oder der einen oder anderen Filmemacher aus Deutschland, wünschte man ein bisschen diese Chuzpe, was die Franzosen machen. Die machen halt einerseits Genre, die haben aber auch mal Bock, die Grenzen zu sprengen. Die machen natürlich auch ab und zu so furchtbare Komödien wie Oh Lala. Da habt ihr aber die Möglichkeit über Schlogger und über Stus und Mein Rant, könnt ihr noch mal reinhören, wenn ihr Bock habt, denn der Film ist wirklich, ich sag das ja selten, Kernscheiße. Aber auf The Empire hab ich irgendwie nach dem Trailer sogar fast ein bisschen weniger Bock, weil ich hatte es so verstanden, dass das jetzt eine große Star-Wars-Parodie sei. Und mir wirkt es, und das ist leider mein Problem, meistens mit den französischen überdrehten Komödien, mir wirkt es eine Spur zu drüber und dabei hat es mich nicht neugierig genug gemacht. Ich fand den Look sehr interessant, weil das irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte für mich von so einem Grounded-Sci-Fi. Das find ich auch immer ganz spannend. Aber so ganz hat mich der Trailer nicht erwischt, sodass ich sage, Mensch, da muss ich auf jeden Fall gucken, wie der in meinen Zeitplan passt. Ich kannte auch jetzt, ich weiß nicht, der Bruno Dumont, der sagte mir auch jetzt vorher nichts. Also von dem hab ich noch keinen Film bisher gesehen. Bist du da schon irgendwie ein bisschen Film geworden? Kennst du da schon von dem was? Von dem kenn ich überhaupt nichts. Na guck mal, das ist doch aber auch super. Dann geht man nämlich völlig leer und blank in so eine Vorstellung, oder? Ja, man hat halt keine Vorurteile über den, ne? Also, Tiff Schweiger geht man freiwillig nicht rein und Bruno Dumont? Mal schauen, was er macht. Also ich glaube, das... Ja, ich weiß gar nicht, warum man in den Tiff Schweiger-Filmen nicht geht. Kann ich mir gar nicht vorstellen, warum. Weiß ich auch nicht. Weil der Film, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch so um die Mittagszeit, also mitten am Tag laufen, da passt der gut rein. Also ich glaube, der tut keinem weh, auch wenn man den dann verpassen würde. Also ich glaube, das ist so ein mittleres Ding. Ja, das glaube ich auch. Also der wird bestimmt sein Publikum finden. Ich weiß nicht so ganz, ob er auf dem Film, also auf dem Fantasy-Filmfest, ob er da so ganz richtig aufgehoben ist. Aber ich sagte schon, Genre sprengen, Grenzen sprengen. Ey, wenn das Fantasy-Filmfest eins kann, dann ist es ja genau das. Diese Strukturen aufbrechen und auch so ein paar Sachen reinbringen, die jetzt in den letzten Jahren immer ein bisschen größer wurden. Ich finde so allgemein gesprochen, dass manchmal der Fantasy-Horror-Anteil ein bisschen zu gering wurde in den letzten Jahren. Da haben sie bei den letzten zwei Nächten, finde ich, so ein bisschen versucht, das wieder reinzubringen. Aber dieses Mal ist es auch so, das Programm ist wieder sehr vielfältig dafür, aber vielleicht für die Gore-Bauern oder für die kompletten Horror-Nerds ist vielleicht nicht so ganz das Wahre dabei. Denn da schlage ich die Brücke zu meinem nächsten Pick, den ich mir rausgepickt habe. Das ist nämlich der Film Riddle of Fire. Das ist ein, was ich schon mal von der Machert ja ganz spannend finde, ist ein Film, der mit Coda-Kameras, mit 16mm-Kameras gedreht wurde. Und es scheint sich da so ein bisschen um so eine Coming-of-Age-Kinder-Story zu handeln. Es geht da um eine Kinderbande, die heißt The Three Immortal Reptiles. Und ja, wie das Jungs so machen, die machen halt eine Keilerei nach der anderen und jetzt haben sie eine neue Mission. Sie wollen ihre gerade entstandene Spielekonsole, wollen sie einweihen. Dafür müssen sie aber zunächst einer erkälteten Mama von denen einen Blaubeerkuchen bringen. Und ja, das ist irgendwie einfacher gesagt als getan. Denn ja, man braucht halt die Zutaten für so einen Kuchen und da müssen sie auf eine gefährliche Odyssee durch die Wälder. Und das klingt für mich halt wirklich spannend. Ich bin gespannt, was das jetzt so sein soll. Ich denke mal, es wird so ein bisschen in die Richtung lustige Fantasy gehen, so ein bisschen skurrile Sachen, so ein paar skurrile Sachen vielleicht bieten. Ich habe irgendwie Bock auf den. Ich mag solche kleinen Produktionen. Das Einzige, was halt das Problem sein könnte, ich habe bei den letzten, beim letzten großen Fantasy-Filmfest im September oder Oktober, habe ich von wegen Mad Cats gesehen. Und ich will jetzt nicht so viel verraten, aber der hat mir nicht so gut gefallen, weil der doch sehr billig aussah. Und das ist so ein bisschen mein einziges kleines Bauchwehleinchen mit Riddle of Fire, dass da vielleicht das Ganze so ein bisschen zu billig aussieht und es zu gemüht ist. Es ist eine amerikanische Produktion, ist jetzt auch schon von 2023. Die MacherInnen sagen mir alle nichts bisher, aber das ist ja manchmal auch das Beste, dass man also weiß, irgendwie man sieht mal was ganz Frisches, was ganz Neues oder hat diverse Anleihen bei anderen Dingen, die man schon kennt. Deswegen vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt nicht unbedingt auf das nächste Fleisch- oder Blutfestival steht, da könnt ihr euch vielleicht dann Riddle of Fire auf die Watchlist tun. Den habe ich bei mir rausgestrichen schon mal. Da gehe ich Mittagessen. Guten Appetit. Der ist wirklich leicht. Ich hatte bei mir im Kopf auch Kinderabenteuer-Film. So ein bisschen kam der Trailer so rüber. Aber er kann auch Spaß machen. Verrückt ist er auf jeden Fall. Da kommen viele Figuren drin vor, so eine Hexe, Jäger, Fee und was weiß ich nicht noch. Ich glaube, der macht schon Spaß, aber der wird wahrscheinlich, wenn er später rauskommt, auch nicht ab 18 bleiben. Der wird dann ab 16 oder 12. Ja, ich glaube wirklich. Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie in die Richtung The Innocence gehen wird. Also der wird, glaube ich, ein wohliger Film. Ich hoffe da auf skurrile Charaktere und bin da gespannt, wie sie das Ganze machen. Deswegen habe ich den auf die Liste gesetzt. Ich mag Coming of Age ganz gerne. Und ich mag halt auch ganz gerne solche etwas harmloseren Filme malen, um eine andere Farbe ins Festival zu bringen. So ein bisschen in die gleiche Richtung auch der letzten Jahre geht Sting. Und zwar nicht der Musiker und auch nicht der Raskler, sondern ein erneuter Spinnenfilm. Wir haben nämlich wieder mal, wie ich finde, ich glaube beim letzten haben wir einen Film von Kaya Roach-Turner auf der Liste. Es geht da bei Sting, ich habe den Trailer jetzt auch vor kurzem nochmal eingetütet, geht es um ein Ei, das kracht in ein altes Wohnhaus in New York. Und da gibt es ein junges Mädchen, die heißt Charlotte und die entdeckt, dass da eine ganz kleine merkwürdige Spinne rauskrabbelt. Und irgendwie ist die sowieso so ein bisschen alleine für sich und freundet sich mit dieser Spinne an, tauft das ganze auch, das liebe Wesen, auf den Namen Sting. Ja, und ist dann so ein kleiner Freund für sie. Und das Interessante ist, wenn man die Synopsis liest, denkt man so, doch, das könnte irgendwie was so ein bisschen in die Richtung, man pflegt das Ganze und dann kehrt es sich vielleicht um. Oder das ist vielleicht auch so ein bisschen wie der Film Hedging, den wir vor ein paar Jahren auf dem Festival haben. Wenn man den Trailer dann sieht, finde ich, geht das Ganze schon deutlich eher in die Richtung Eight-Legged Freaks. Oder bei uns hieß der Film, glaube ich, A Rack Attack mit David Arquette. Also das wirkt dann schon eher so wie so ein Spinn-Fun-Horror. Wie hast du, du hast den Trailer auch vorgesehen, glaube ich, ne? Ich habe den Trailer gesehen und noch ein paar Reviews, weil in den USA ist der wohl schon ein bisschen länger raus. Oder einige Leute haben auf anderen Festivals gesehen. Da wurde immer moniert, dass der wohl sehr, sehr dunkel sein soll. Sehr viel im Dunkeln spielt, was natürlich bei sowas schade dann ist. Alien vs. Predator 2 gefällt das? Ja, okay. Ja, ich bin ja leicht arachnophob und ich konnte mit, zum Glück musste ich den Trailer nicht nochmal gucken, letztens zum Recherchieren. Aber ja, die Spinne wird halt auch immer größer. Ich hoffe nicht, dass es so in den Fun geht, aber der Trailer war mir auch schon zu lustig. Aber jetzt habe ich eine Frage. Die heißt ja Charlotte, das Mädel. Und mir kam gleich in den Kopf, es gibt mir, bei uns in Deutschland heißt der Film Schweinchen, Wilbur und seine Freunde. Im Original Charlotte's Web. Ob die sich da bedient haben? Das wäre schon genial. Das wäre auf jeden Fall eine lustige Reminiscenz. Das kann ich dir aber nicht sagen. Also das weiß ich nicht. Aber das kann natürlich sein. Also wer weiß. Mich lockt so ein bisschen rein. Also ich bin natürlich wie, ey, also ist außer Spider-Man irgendjemand nicht arachnophob? Oder kann gut mit Spinnen? Ich weiß das gar nicht. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, Spinnen sind die tollsten Lebewesen auf der Welt. Ich weiß, die sind ganz toll und die sind ganz nützlich. Aber ich habe halt auch ein bisschen Angst vor diesen Viechern. Ich habe hier zu Hause kurz den Schuppen leergeräumt und da kam mir halt so eine kleine Spinnenfamilie entgegen und es wurden immer mehr. Und ich dachte so, oh, ich habe Arachnophobia damals zum ersten Mal gesehen und dachte so, jetzt macht das aber bitte nicht diese Wendung. Ich erhoffe mir so ein bisschen so Arachnophobia-Vibes, obwohl es da ja auch demnächst ein Remake geben soll. Und ich weiß nicht, ob die MacherInnen vom Arachnophobia-Remake nicht ein bisschen spät dran sind mit dem Ganzen, weil sie irgendwie diese Spinnenhorror-Filme jetzt gerade so ein bisschen eine kleine Renaissance erleben. Aber mich kauft der Film aufgrund seiner knackigen Laufzeit. Der soll, glaube ich, 90 Minuten gehen. Ich habe Bock. Ich glaube, ich setze ihn mir auf die Liste und werde mal schauen, was uns da erwartet. Ja, wir sparen uns den Late Night with the Devil. Das ist ja der Abschlussfilm. Sparen wir uns mal zum Schluss auf. Dann können wir noch über einen Film reden, den wir beide schon gesehen haben, nämlich Suitable Flash. Also ich bin da richtig. Wir haben den beide gesehen. Den haben wir beide geguckt. Den haben wir beide geschaut. Worum geht es denn, Zero, in Suitable Flash? Kannst du uns das kurz wiedergeben, ohne allzu viel zu lachen, muss ich an der Stelle sagen. Was schwierig ist. Ja, wir haben einmal, ich muss mal kurz meine Notizen aussuchen. Da ist es. Wir haben einen Love-Question-Body-Switch-Horror-Film mit Hazard Graham in der Hauptrolle, die sehr viel von sich zeigt, was schon mal ein Pluspunkt in dem Film ist. Das fand ich schon mal sehr gut. Sie ist halt eine angesehene Psychiaterin und auf einmal kriegt es den Patienten und ja, der ist so die ganze Zeit erst mal ganz zurückgehalten und komisch drauf und dann wird er irgendwann richtig flirty und seitdem wir den getroffen haben, geht ihr Leben so ein ganz ein Abwärtsstrudel bergrunter. Also wird richtig schlimm. Dann kommen noch ein paar Todesfälle hinzu und beim Ende, das soll man jetzt ja nicht spoilern, gibt es natürlich einen Twist, warum das jetzt alles so ist. Der ist schon sehr abgedreht. Ich finde, Hazard Graham spielt richtig gut. Also die dreht richtig ordentlich am Rad. Das macht sie, finde ich, gut. Beim Ende fehlte mir aber irgendwie das Gewisse so, Leute, ja, das ist jetzt toll. Es ist so ein Mittelmaß-Ding, ne, wieder. Es ist nichts halbes, nichts Ganzes. Der bringt mich nicht, dass er zu brutal ist, wo ich sage, ey, geil. Und von der Story her holt er mich dann auch nicht hundertprozentig ab. Ich bin ja nicht gegen Sexszenen im Film, aber es war mir da auch wieder zu viel und unnötig manchmal. Und das fand ich halt schade. Spannend, weil du ja sagtest, es sei flirty. Also ich fand den jetzt nicht flirty in der ersten Szene, sondern ich fand den zuerst halt so einen üblichen Irgendwas stimmt mit mir nicht, Patienten. Und dann switchte es ganz schnell um in dieses übergriffige, da fand ich schon, also die Flirty plus X, würde ich mal sagen, um jetzt nicht die HörerInnen, also gerade die weiblichen HörerInnen zu verlieren. Ey, ich hab da echt am, ich glaub, ich glaub, ich hab den jetzt in der Woche noch mal, äh, was ist denn noch mal, ich hab den ja in der Woche gesehen und dachte am Anfang so, ich glaub so nach 20 Minuten dachte ich, was ist denn das? Also diese Dialoge, der Ehemann von Heather Graham, der irgendwie aussieht wie so Zack Snyder, nur so ein bisschen graumiliert und diese ganzen Schwarzblenden, diese Porno-Saxophon-Musik im Hintergrund, so wie bei Lethal Weapon. und dann dachte ich irgendwie so, ist das jetzt, also ist das eine Persiflage oder ist das irgendwie, ist das eine Parodie? Aber es ist dann, finde ich, doch, also man, das muss man vielleicht dazu sagen, wenn der so spät am Abend läuft und die Leute vielleicht schon den einen oder anderen Drink hatten, dann können die sich vielleicht schneller auf das einlassen, denn man braucht, finde ich, schon so ein bisschen, es hat für mich so ein bisschen das Verkehrsunfallphänomen, also du guckst halt am Anfang hin und denkst, was ist das, was ich da gerade sehe? Und Heather Graham spielt, finde ich, gut für das, was der Film dann am Ende, glaube ich, sein möchte, nämlich wirklich so eine, ich sag mal so, so eine Hommage an die Lovecraft 80er Jahre Soft-Porno-Filme, also mir hat eigentlich nur gefehlt, dass irgendwie Shannon Tweed um die Ecke kommt und irgendwie noch mit Gene Simmons da irgendwie was veranstaltet, denn ey, der Film ist wirklich, der ist so cheesy, der ist wirklich B-Movie durch und durch, fast schon auf dem Weg zu C-Movie, ich tat mir ein bisschen schwer, den Lovecraft-Anteil da zu erkennen, aber am Ende hatte ich doch dafür, dass ich nach 10, 12 Minuten eigentlich dachte, ich mach den heute erstmal aus und guck morgen weiter, ich hab den dann doch durchgezogen und ich war ehrlich gesagt ganz froh, denn du sagtest jetzt so, von der Gewalt her sei der okay, ich find schon, dass der, was so diese, diese fast schon Exploitation-Gewalt-Momente hat, ist der schon echt saftig, also fand ich, fand ich schon gut konsumierbar und ich glaube, man kann damit echt Spaß haben, du hattest jetzt gesagt, Heather Graham zeigt sehr viel von sich, wer jetzt damit rechnet, dass der irgendwie Rollergirl 2.0 auftaucht, die da irgendwie nur am rumvögeln ist, ja, sie ist halt sehr viel am rumvögeln, aber immer mit Klamotten an, was einen am Anfang sehr irritiert, aber dann gibt es wieder so in Momenten, wo man dann gar nicht damit rechnet, dann doch viel nackte Haut von ihr zu sehen, also wenn diejenigen sich da ein bisschen ergötzen möchten, was natürlich heutzutage irgendwie ganz eklig ist, das ist natürlich furchtbar, wenn man sich an so einer Frau aufgeilt, aber man kann schon verstehen, dass irgendwie so das, dass dieser Sex-Sales-Film da irgendwie drin ist. Ich glaube, das Projekt selber war so ein bisschen wackelig, weil ich meine, der 2020 verstorbenen Stuart Gordon da ja zuerst involviert, war, das ist für diejenigen, die es nicht wissen, der Re-Animator-Regisseur und dann hat das ja dieser Joe Lynch übernommen, den ich bisher noch gar nicht wahrgenommen habe und der fällt momentan halt sehr dadurch auf, wenn ihr mal bei Letterboxd unterwegs seid, dass der seinen eigenen Film immer so Fünf-Sterne-Bewertung gibt, weil der auf irgendwelchen Screenings läuft, das finde ich sehr sympathisch und irgendwie, da sind wir wieder bei Zack Snyder, das ist schon so, dass der irgendwie auch schon seine eigene Kampagne fährt. Ich glaube, der ist was fürs Festival, aber ich weiß nicht, ob man dafür nicht in der, also man kann glaube ich ganz schnell in der falschen Stimmung für den Film sein. Er ist halt, wie du sagst, der hat auch von der Kamera nichts, was so hochpreisig ist, der läuft halt durch. Aber wie du erwähnt hast, wenn du vorher doch was ein oder andere Getränk hattest, ich glaube, dann ist der schon ganz lustig und da verzeiht man denen auch die ein oder andere Nachlässigkeit oder den ein oder anderen Fehler, weil Logik ist da auch nicht so viel. Also das kann man schon mal weglassen. Ja, also wenn er diesen Bodyswitch teilnimmt, dann ist der irgendwie, er funktioniert so in seinen eigenen Gesetzesgrenzen innerhalb des Genres, aber man darf da auch nicht zu sehr darauf rumkauen, weil das doch schon manchmal arg beliebig wirkt. Aber es gibt halt lustige Momente, wenn dann zum Beispiel so ein Cop-Duo natürlich die hochgradig verdächtige Heather Graham am nächsten Tag aufsucht und ihr quasi Fragen stellen möchte und man hat jetzt das Gefühl, die nehmen die halt richtig hart ins Gebet und dann ist das am Ende nur so, ach so nee, wir haben nur ihr Handy gefunden, wir wollten ihr das wiedergeben und hat nur so eine letzte Frage, also wirklich so a la Columbo und dann sagt die Figur auch noch am Going all Columbo with you oder sowas und man denkt so, ja, das ist irgendwie schon extrem cheesy, aber dann ist das irgendwie so, ja, sie hatten aber Notrufe abgesetzt und dann erklärt sie das und das ist so, ja, alles klar und man sitzt da und denkt, ey Leute, wollt ihr so mal Polizeiarbeit machen? Deswegen, Film nicht zu ernst nehmen, dann habt ihr glaube ich da eine gute Zeit und dann ist YouTube und Flash was für euch. Ey und ich war froh, ich hab Heather Graham mal wieder gesehen, ich hab mich am Anfang echt gefragt, so, muss die sich für sowas schon hergeben, was ja auch dann irgendwie viel über Hollywood aussagt oder zumindest über Produktion aus den amerikanischen Ländern oder aus den Vereinigten Staaten, aber ey am Ende hat sie glaube ich auch eine ganz gute Zeit gehabt und hat Spaß daran gehabt, was sie da, was sie da auf die Leinwand in Anführungsstrichen gezaubert hat oder auf die Video oder auf eure Fernseh Bildschirme, denn ey ich glaub nicht, dass das ein Film ist, der außerhalb des Festivals großartig im Kino laufen wird, oder? Ne definitiv nicht, also wahrscheinlich kommt er dann auf Shudder oder sowas und wird dann da zweitverwertet. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Shudder ist ein gutes Stichwort, denn ich glaube der Abschlussfilm des Festivals Late Night with the Devil ist eine Shudder Produktion und der ist ja glaube ich auch in den Staaten bereits angelaufen, das heißt, der hat schon so ein bisschen Presse, Buzz mitbekommen. Abschlussfilm sagte ich ja schon bereits, ich habe jetzt den Trailer vor kurzem erst gesehen, weil ich bisher mir so ein bisschen eigentlich dachte, ich will möglichst wenig über den Film wissen, aber er hat mich dann doch irgendwie beeindruckt. Ich mag ja, also es geht jetzt so kurz angerissen irgendwie um eine Talkshow, so eine Art Late Night Show und da ist ein Gast dabei, es spielt an einem Halloween-Abend in den 70er Jahren und es wird quasi so eine Art von okkulter Zeremonie mit dieser Gästin betrieben und der Moderator der Sendung, der wird dann gespielt von dem, ich finde den Nachmittag immer so schwer auszuspielen, David Damaschian heißt er, oder Das Melchian heißt er, glaube ich. Ich weiß, viele Hörerinnen hören Podcasts nicht, um zu hören, den kennt ihr daraus und daraus, aber um euch ein Bild zu machen, wenn ihr jetzt wirklich nicht wisst, wer ist denn das nochmal, hat unter anderem jetzt in Dune Part 2 mitgespielt, in The Suicide Squad von James Gunn und ihr kennt den auf jeden Fall, wenn ihr den seht und hat er auch in The Boogeyman den Auftritt, da ist er nämlich der Patient, der sich am Ende dann selbst umbringt. Hast du große Lust auf Late Night With The Devil und was hat dich da besonders angesprochen? Erzähl doch mal. Also ich finde das 70er-Jahres-Setting immer sehr interessant, alleine dadurch hat er mich richtig stark angesprochen und ich kann jetzt nicht genau zusammenfassen, ob der jetzt ins eher so Exorzismus-Ding geht oder ob einfach nur, ja halt, er heißt halt Late Night With The Devil oder ob der Teufel da gleich kommt und dann selber da irgendwas abfeuert. Da bin ich noch sehr interessiert dran zu wissen, was da los ist. Aber alles, was ich jetzt gesehen habe, ist vom Bild her, vom Style, genau das, was zu so richtig schönen Abschlussfilmen passt, also auch wertig. Ich bin gehuckt, sagt man ja, gehuckt bin ich. Ja, ich bin auch gehuckt, ich habe echt Lust auf den Film. Ich weiß, dass ein Kollege von Filmtors, Grüße an den Patrick an dieser Stelle, ihn schon sehen konnte und auch schwer begeistert, weil ich glaube, der hat ihn sogar schon zweimal sehen können und deswegen ist Late Night With The Devil auch bei mir auf der Liste. Ich hoffe, dass ich den Abschlussfilm dann auch wahrnehmen kann. Apropos Abschluss oder Abschlussfilm, wir wollen jetzt natürlich auch so langsam in unsere Zielgerade einbiegen. eure, beziehungsweise unsere Favoriten haben wir euch mitgegeben. Welche eure sind, könnt ihr gerne in die Kommentarspalte schreiben. Natürlich auch, wenn das Festival zu Ende ist. Ein Film, den wir noch so ein bisschen vielleicht euch ans Herz legen, wenn ihr abseits des sonstigen, wie ich schon sagte, Festival-Kerenthemas, Horror, Fantasy, den ihr euch angucken könnt, ist Concrete Utopia. Den haben wir beide auch schon vorab gesehen. Serum, magst du noch mal erzählen, worum geht es in Concrete Utopia? Concrete Utopia ist zum Ersten schon mal der erste Film zu Badland Hunters, der dieses Jahr auf Netflix rauskam, mit unserem Roundup-Held. Und hier haben wir halt das Vorspiel, wir haben, wie heißt die Stadt? Ach, Soul. Soul. Und die wird durch einen Erdbeam in Schutt und Asche gelegt. Also alles ist komplett nieder und es gibt nur noch ein Wohnhaus, das heißt One Gang Apartments und da strömen dann auch alle anderen Leute, die überlebt haben, hin und das wird dann den Bewohnern zu viel und dann überlegen sie halt, was machen wir. Dann werden Sondermaßnahmen erteilt und ja, wie man so weiß, das klappt nicht immer so gut und dann geht da auch ordentlich der Punk ab und natürlich muss Nahrung beschafft werden und untereinander gibt es auch ein paar Quälereien. Ist ein interessantes Ding und finde ich, würde auch genauso passieren. Ja, also ich finde es krass, dass die Koreaner sich immer trauen, Genres anzureißen und nicht zu Ende zu spielen. Das ist wirklich bemerkenswert. Das ist wirklich nicht als Kritik gemeint, sondern als Lob, dass die also nicht sagen, so wir haben jetzt hier irgendwie einen Katastrophenkrimi oder Thriller und den ziehen wir bis zum Ende durch, denn das ist, finde ich, so der Anteil, der ja den geringsten den geringsten Bestandteil des Films ausmacht. Das ist die Grundkonstellation, die Prämisse, hier darf man das ja sagen, und aus dem entwickelt sich so ein bisschen Gesellschaftskritik à la Parasite. Es gibt Momente, da musste ich sehr lachen, es gibt Momente, die einen sehr bewegen. Das ist ein bisschen so, finde ich immer, wenn ich so diese Kritik höre, dass der Ton so so diffus sei, ja, das kann schon manchmal sein, aber irgendwie ist das Leben ja auch so. Da hat man Phasen, wo man sehr viel lacht, da hat man Tage, wo man weint, da hat man Tage, wo es einem schlecht geht und irgendwie transportieren das viele Filme momentan auch so unisono mit, dass sie halt sagen so, wir haben halt verschiedene Töne, wir sind nicht eine reine Komödie, sondern wir haben Momente, in denen man lachen kann, in denen man weinen kann, in denen man mitfiebern kann. Ich selber fand es halt so ein bisschen parasitig, so was so dieses Klassendenken angeht, das ist natürlich bei solchen, ja, Sozialkomponenten, denn das macht der Film, finde ich schon ganz gut klar, dass es alles, was in so einer Katastrophe passiert, ist halt, die zweite Katastrophe ist eigentlich der Mensch, der dann irgendwie versucht, das zu regeln, zu, so Prozesse zu schaffen und das kriegt der Film ganz gut abgebildet, dass da so ein paar Sachen dabei sind, die einfach nicht funktionieren und wo der Mensch dann auch sich irgendwie selbst entmenschlicht. Es gibt da noch eine Komponente, die ich ganz spannend finde, weil man sie so erst im Laufe der Handlung langsam entblättert, also wo man so quasi so wie beim Häuten der Zwiebel so ein bisschen gucken kann, wie sich das so entwickelt. Das ist jetzt kein Film zum Mitfiebern, finde ich, aber es ist ein Film, der auf jeden Fall Lust macht und ihn gleichzeitig irgendwie zum Nachdenken anregt. Mir persönlich ist er aber dann am Ende mit echt, also die Koreaner sind ja immer ein bisschen lang, aber ich fand die 130 Minuten am Ende ein bisschen zu lang. Also ich hätte den gut zehn Minuten kürzer haben können, weil es doch am Ende alles sehr melodramatisch wird und das ist der einzige Ton, der mir dann nicht gefallen hat, weil ich finde, diese Farbe passte nicht so ganz zum Film. Wie war es da bei dir? Gerade so, wir wollen das Ende ja nicht spoilern, aber wie ging es dir so mit den Entwicklungen, die dieser Film dann am Ende nimmt? Zum Ende hin fand ich es gar nicht so wild mehr, weil ich habe erwartet, dass das ein bisschen Pathos und alles ein bisschen hochgestilisiert wird. Aber ja, ich hätte auch zwischendrin so ein paar Szenen, die haben sich für mich ein bisschen wiederholt und da hätte man ein bisschen was wegkratten können. es gibt auch so eine kleine Feierlichkeit. Ja, schön, dass er da ist. Man sieht mal was anderes in diesem eher tristen und schlimmen Alltag, aber nee, das ist das, so sagen wir, 20 Minuten weniger, wäre das ein Top-Film, auch von der Länge her. So ist er immer noch ein guter Film und ich finde aber auch immer herausragend, wie sie das gerade auch mit dem CGI da regeln. Also das fand ich jetzt komplett gut. Also es war nichts, was auffällig schlecht war oder die mussten ja auch alleine schon irgendwelche Sachen gebaut haben, weil die gehen ja auch über zerstörte Sachen und das können sie ja per CGI nicht machen. Also es ist vom Look her auch richtig schön gemacht. Die können was, die Jungs. Ja, also ich muss auch sagen, der ist jetzt nicht, sieht nicht irgendwie billig aus oder so. Natürlich hat er so die ein oder andere Aufnahme, wo man schon natürlich das CGI erkennt, aber ey, ich meine, da wäre man sich darüber beschwert, dass es, ich weiß jetzt nicht, wie viel Budget der Film hatte, aber das ist schon okay, dass da, was wir da auf der Leinwand sind. Ich fand aber gerade, dass er so in dem Katastrophenszenario seine Stärke eigentlich immer in den Momenten hatte, wo es so klein, intim wurde und wo so diese Mechanismen, die so in Gruppenprozessen auch passieren, wenn er die so darstellt. Also denen wäre er so ein bisschen Bock auf was anderes hat auf dem Festival. Da läuft zum Beispiel, machen wir uns nichts vor, wir sind ja beide eher so die Hamburger Truppe, der läuft da am Sonntag, also kurz vorm Abschlussfilm, vor Late Night with the Devil und ich glaube, den kann man gut mitnehmen. Also ich würde den auf jeden Fall empfehlen, auch wie gesagt, wenn man ein bisschen Sitzfleisch braucht, der ist am Ende doch ein bisschen arg lang. Damit ihr nicht so viel Sitzfleisch oder Hörfleisch bei uns verbraucht, machen wir jetzt auch so langsam mal den Deckel drauf. Ihr habt gehört, wir haben jetzt ungefähr, ich glaube, elf bis zwölf Filme vorgestellt. Einige davon hatten wir schon gesehen, einige haben wir auf die Liste gesetzt. So ein paar Dinge haben wir übersehen, beziehungsweise nicht übersehen, sondern bewusst weggelassen, weil sie uns nicht so ganz angesprochen haben, unter anderem, ich glaube, ein Animationsfilm, The Weird Kids. Ach so, hattest du Meanwhile on Earth, hattest du den zu Hause schon vor Upscreen, hattest du, glaube ich, gesehen? Den hatte ich gesehen, auch ganz kurz, geht es um ein junges Mädel, die heißt Elsa, die ist 23, ihr Bruder ist Astronaut, ist aber seit drei Jahren verschwunden und jetzt hört sie, also sie hat eine ganz komische Verbindung mit ihm, weil sie hört erst mal seine Stimme und dann eine andere Stimme und die Stimme erzählt ihr dann, was sie machen muss, damit sie ihren Bruder wiedersehen kann und dann passieren halt Dinge. Das ist halt, das ist nämlich der Twist in einem Film, was da genau mit ihr Kontakt aufnimmt, warum, wieso und ist eigentlich auch ein ganz kleines, nettes Ding, ist auch ein französischer Film von, jetzt bloß nicht falsch versprechen, von Jérémy Clappin, von dem habe ich schon mehrere Sachen gesehen, glaube alles andere waren Kurzfilme, der ist eigentlich ganz interessant, kann ich auch die Kurzfilme alle empfehlen und ja, es ist gut gespielt, es macht jetzt nicht wirklich richtig Spaß, weil der Spaßfaktor ist da relativ runtergedreht, er hat aber auch zwei, ja, drei blutige Momente, wo man auch denkt, oh, okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber dafür ist es ein schönes, rundes Ding, also den kann man gut wegsnacken, ist auch 90 Minuten, ich glaube, der wird Leuten auf dem Festival Spaß machen. Ja, sehr cool, also haben wir dann noch einen mitgenommen, da könnt ihr auf jeden Fall auch einen Blick riskieren, läuft glaube ich am Freitag in Hamburg als zweiter Film nach The Weird Kids und dementsprechend könnt ihr den auf jeden Fall auch da euch wegsnicken. Ja, erzählt doch, wie gesagt, hat er vorhin schon mal darauf referiert, erzählt doch mal, welche Filme ihr auf dem Festivalkalender euch immer anschaut, sind es die großen, sind es die kleinen, auf die ihr euch großfreudet, haut das einfach mal in den Kommentaren raus, wir sind gespannt, vielleicht sehen wir uns ja auf den Festivals, ich würde mich freuen, sprecht uns auf jeden Fall immer an, apropos sprecht uns an, www.tele-stammtisch.de ist unsere Homepage, da könnt ihr immer mit uns in Kontakt treten, da könnt ihr also immer auch unseren neuesten Podcast-Folgen euch runterladen und anhören, ansonsten findet ihr uns, wie es der Max immer so schön sagt, überall, wo es Likes gibt, ansonsten haben wir diese Woche wieder so viel auf dem Tacho und so viel Content produziert für euch, ihr kennt das ja, wir sind ja, ich würde mal sagen so, also bei uns gibt es sowas wie wir gehen in Kurzarbeit, das haben wir nicht, denn wir sind immer voll die Arbeiter, wir haben unter anderem diese Woche natürlich den großen Start Civil War besprochen, wenn ihr was zu Abigail hören wollt, könnt ihr da auch gerne reinhören und ja, weiß ich, wo hat man dich zuletzt gehört, wenn wir jetzt diese Woche nehmen, wie gesagt, wir sind in der Woche, Kalenderwoche, weiß ich nicht, aber wir sind in der Woche 15. bis 20. wo haben wir dich zuletzt gehört? Abigail müsste jetzt wirklich das Letzte sein. Ich wollte gerade fragen, ist nicht das Letzte, ist Abby geil oder Abby ungeil? Das ist eher Abby so lala, so wie mein Schnitt, also so lala. Also ich glaube, es kann vielen Leuten Spaß machen, von den Horrorfilmen, die dieses Jahr rausgekommen sind bisher, würde ich aber sagen, ist das erste Omen immer noch deutlich besser, aber er ist halt funnier, also er macht mehr Spaß, er macht deutlich mehr Spaß. Okay. Das hört sich doch gut an. Ansonsten, vor einer knappen Woche erschien unsere neueste Folge Schocker mit Schlogger, könnt ihr der Schlogger wieder beim Gruseln zuhören. Ja und ey, ich mache noch mal Werbung an dieser Stelle für die Masterclass, weil es ihr noch nicht gehört habt. Ich will euch nicht spoilern, aber ich finde die ein oder andere Entscheidung nach wie vor, da kann man sicherlich drüber streiten. Aber wenn ihr schon immer wissen wollt, was Abseits ist, dann müsst ihr da auf jeden Fall mal reinhören. Sero, ich sage schönen Dank fürs Zuhören beziehungsweise fürs Mitmachen und ich sage euch, liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und ich verabschiede mich. Ciao, ciao. Tschöö. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.